Hallo, ich bin Johannes von Your German Teacher. In diesem Video erkläre ich dir, wie der Goethe-Zertifikat statt Deutsch A1 Sprechenteil funktioniert. Zuerst der Aufbau. Es gibt drei Teile. There are three parts. Teil 1. Du musst dich vorstellen. You introduce yourself. Teil 2. Informationen erfragen und geben. You ask for information and you also respond to questions that you are asked by the other participants. Teil 3. Bitten und Aufforderungen formulieren. You form requests and commands and you also respond to commands and requests formed by the other participants. Es gibt zwei Prüfer und vier Prüflinge. There are two examiners and four participants. It might happen that there are not that many participants, but you will not be alone in this test. Jetzt fangen wir an. Sprechen. Teil 1. Vorstellen. Sich vorstellen. You will have to introduce yourself and they give you this paper here to help you a bit. We start with Name. Ich heiße Johannes. Dann das Alter. Ich bin 40 Jahre alt. Danach das Land. The country. Where you come from. Ich komme aus Deutschland. And here we need to stop. In A1 it is still okay to start all sentences with Ich, but it's not ideal and the score you will get at the end of this part won't be that high. So why not try it like this. Ich heiße Johannes. Bin 40 Jahre alt. Und komme aus Deutschland. That's much better. Viel besser. Wohnort. The place where you live. Im Moment wohne ich in Hamburg. Sprachen. The languages that you are able to speak. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Französisch. Hier you can also improve your result. Meine Muttersprache ist Deutsch, aber ich spreche auch ein bisschen Französisch. Als nächstes der Beruf. Ich arbeite als Lehrer. Oder ich bin Lehrer. If you are a school kid or a university student, you cannot use arbeite, you will have to use ich bin. Ich bin Schüler oder ich bin Student. Und als letztes deine Hobbys. Meine Hobbys sind Radfahren und Lesen. That's all for your self-introduction, but the first part of this test is not finished yet. You still have to answer two questions of the examiners. Die Prüfer haben zwei Fragen. They ask you to spell a word for them. For example, your family name. Buchstabieren Sie bitte Ihren Familiennamen. Mein Familienname ist Müller. M-Ü-L-L-E-R They also ask you for a number. Zum Beispiel deine Telefonnummer oder deine Hausnummer. Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 01753329. Teil 1 ist fertig. Hier kommt Sprechen Teil 2. Informationen, Erfragen und Geben. In this part of the test, the exam participants talk to each other. Each examiner has to ask and answer two questions. Zwei Fragen, zwei Antworten pro Person. There are two different topics. Es gibt zwei verschiedene Themen. For example, Thema 1 ist Sport und Thema 2 ist Schule. For each topic, you have to ask and answer one question. The examiners prepared six cards for each topic with words on it. Jeder muss eine Karte ziehen. Each examiner has to take a card and this girl here starts. Of course, you cannot see the words written on those cards before you pick one. Ihre Karte? Wochenende. Als nächstes muss sie eine Frage stellen. The next step is to ask a question that has something to do with the topic, Sport, and the card. Wochenende. The question she asks, Machen Sie am Wochenende oft Sport? Machen Sie am Wochenende oft Sport? And this guy here answers, Ja, ich spiele jeden Samstag Tennis. Ja, ich spiele jeden Samstag Tennis. Now, he is the one who draws a card. Er zieht die Karte Schwimmen. Können Sie gut schwimmen? Können Sie gut schwimmen? Nein, ich kann nicht so gut schwimmen. Nein, ich kann nicht so gut schwimmen. Und auf seiner Karte steht Lieblingssport, Favorite Sport. Haben Sie einen Lieblingssport? Ja, mein Lieblingssport ist Volleyball. Ja, mein Lieblingssport ist Volleyball. Hörkart Fahrrad. Fahren wir heute Zusammenrad? Fahren wir heute Zusammenrad? Ja, sehr gerne. Gute Idee. Ja, sehr gerne. Gute Idee. Das war Thema Nummer 1. The first topic is finished. In your test, you would now pick another card and the second topic would start. Das machen wir aber nicht. We don't do that. You already know how this part of the test works. Wir machen weiter mit Teil 3. Bitten und Aufforderungen. Appeals, Requests and Commands. You also have to talk to the other examinies. Each person forms two requests or commands and has to respond two times. But you also have to make a gesture that suits your request command or the response that you give. There are no topics here. Keine Themen. But we have rounds. Runden. Runde 1 und Runde 2. For each round, there are six cards. And on those cards, there are pictures. Auf den Karten sind Bilder. Wir starten einfach mal Runde 1. Du weißt schon, wie es funktioniert. You already know how this works. Zuerst zieht man eine Karte. Die Karte zeigt einen Käse. Als nächstes formuliert man eine Bitte oder Aufforderung. Geben Sie mir bitte 200 Gramm von dem Käse dort. Geben Sie mir bitte 200 Gramm von dem Käse dort. And don't forget to make a gesture. You could for example point somewhere to make sure that you want exactly this cheese over there. And his response? Gerne. Hier bitte schön. Gerne. Hier bitte schön. At the same time, he makes a gesture like handing over the cheese to a customer. The next card shows some kind of hot drink, zum Beispiel Kaffee oder Tee. While raising his hand to call for the waiter, he says, Könnten Sie mir bitte einen Kaffee bringen? Könnten Sie mir bitte einen Kaffee bringen? Ja, kommt sofort. Ja, kommt sofort. His card shows Salz und Pfeffer. Kann ich bitte Salz und Pfeffer haben? Kann ich bitte Salz und Pfeffer haben? Ja, natürlich. Hier bitte schön. Salz und Pfeffer. Ja, natürlich. Hier bitte schön. Salz und Pfeffer. This card looks like you have to sign somewhere. Unterschreiben Sie bitte hier. Unterschreiben Sie bitte hier. Okay. Kein Problem. Mache ich. Okay. Kein Problem. Mache ich. And just like this, the first round is finished. Runde eins ist fertig. In your test, the second round would start right now. But I think we can skip this. Congratulations. You made it. The test is completely finished. But I guess some of you might have realized that there is grammar that you not really understand. Or maybe you're not sure how to use it. Then I can recommend our Patreon page or our homepage. We have worksheets, a complete A1.1 Grammar video course and a lot of other useful materials. The only thing that is left, die Bonus-Tipps. Here is Tipp Nummer eins. Formuliere komplette Sätze. Form complete sentences. Don't do something like this here. Hunger? Ja. That's not really a conversation. Don't get me wrong. In real life, you might have heard people talking like this and we do it. But it's not the right thing to do in your test to get a good score. Try it like this. Hast du Hunger? Ja. Ich habe Hunger. That's easy and you will get full points. Okay. Tipp Nummer zwei. Don't think too much about the articles. Der, die das. Or if it's accusative, dative. Instead, try to answer quickly, fast. It's more about being able to have a conversation, not to make perfectly correct sentences. My third tip is meant to help you out of a situation whenever you have keine Ahnung. You cannot say these two words, keine Ahnung, because this will just give you zero points. Instead, try it like this. Wie bitte? Ich habe sie nicht richtig verstanden. Wie bitte? Ich habe sie nicht richtig verstanden. Oder Oh, das Wort kenne ich nicht. Was bedeutet das? Oh, das Wort kenne ich nicht. Was bedeutet das? Even if you still don't know how to answer the question asked. These sentences here will earn you some points. The examiner sees that you are able to handle a real-life situation that will definitely happen to you in Germany when you don't know what a person wants from you. That's it for my tips. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen geholfen. And I also hope that you will pass your test. If you need some more help for other parts of this test, check this playlist here. Or maybe you need some grammatical help for this playlist. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, viel Glück, viel Erfolg für deinen Test. Mach's gut. Tschüss.